hey leute und herzlich willkommen zum kleinen video auf meinem kanal und zwar wollte ich euch fragen ob ihr mir fragen in die kommentare schreiben können damit ich demnächst video beantworten kann wie ihr seht habe ich mir hier ein kleines welchen rausgesucht und wenn ihr wollt nämlich das nächste video am meer auf weil ich bin ja kroatien und wie man sieht hier meine augen brauche ich nehme das mit meinem handy auf aber ich finde eigentlich mit dem handy geht es voll ich meine auch die qualität und hd also sollte alles gut sein und wie gesagt ihr könnt auch mehrere fragen schreiben wenn ihr lust habt schreibt ein paar fragen in die kommentare und ich beantworte die im nächsten video ich bedanke mich dafür zuschauen tippt ganz fleißig und